Hallo ihr Lieben, heute wieder Neues aus der Werkstatt. Ihr merkt selbst, der Wagen läuft wie die Hulle, ganz unruhig. Der Wagen ist vom ADAC eingeschleppt worden und der Kunde sagt, Kunde war im Urlaub, Batterie war leer, ADAC war da, jetzt läuft der Motor unruhig, vorher war alles IO. ADAC hat das wohl ausgelesen, das zeigt wohl Verbrennungsaussätze an. Ich habe mir jetzt gerade Starthilfe geben müssen, weil die Batterie auch wirklich Matsche ist, sehr wahrscheinlich. Kann auch passieren, wenn man im Urlaub ist, eine längere Zeit, dass sich die Batterie entlädt. Die Batterie sieht aber auch schon aus, als wenn die etwas älter ist. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal in die normalen Steps. Die Batterie müssen wir erstmal laden, bevor wir die Batterie testen können, aber vermutlich wird die Batterie kaputt sein. So, dann lassen wir einfach hier unser Startgerät dran. Wenn wir jetzt die Batterie testen, können wir immer noch nachher. Hallo zusammen, nicht wundern, Hans-Jürgen ist im Urlaub und es ist trotzdem wieder Tech-Talk-Zeit. Hallo zusammen, in zwei Tagen ist es soweit der Male Tech-Talk. Ich bin natürlich auch dabei, ganz klar. Noch bin ich im Urlaub, bin aber zeitlich zurück. Wir sehen uns, seid mit dabei. Bis dann, tschüss. Am 24. Oktober um 19 Uhr im Fabuka YouTube-Kanal. Einfach einschalten, anmelden, wie ihr wollt. Schaut rein, 19 Uhr, gehen wir auf jeden Fall on. Wir haben super Themen. Fabuka und Male haben sich ein super Programm einfallen lassen. Zum einen geht es hier um den Charger, und dem eHealth-Charger. Da geht es um die Lebenszeit von den Akkus, also von den Batterien, Hochvolt-Batterien. Was können die, was können die nicht. In Echtzeit wird es ausgelesen, aber auch gecheckt. Ein mega Gerät, haben wir jetzt schon öfters hier im Einsatz gehabt. Unglaubliche Ergebnisse. Schaut mal rein, ist wirklich ein großes Thema für uns, freie Werkstätten, um den Kunden zufrieden zu stellen, aber auch um Umsatz zu generieren. Das zweite Thema ist wirklich ein brandneues Thema, und das Gerät heißt E-Care Fluid zur Kühlsystemwartung. Ich habe schon extra aufgeschrieben. Wir haben hier im Betrieb auch schon Probleme damit gehabt. Insofern, dass die Flüssigkeit, die die Batterie umgibt, zur Kühlung ja gewartet werden muss. Also alle zwei, drei Jahre, je nachdem, was der Hersteller vorschreibt, muss die Flüssigkeit raus, und neue Flüssigkeit muss rein. Aber das geht nicht so einfach. Wie gesagt, wir hatten hier schon Probleme, dass da Luft drin war und hat tierisch lange gedauert. Ich bin sehr gespannt auf dieses Gerät. Das wird auch etwas sein, was wir hier in unserem Betrieb auf jeden Fall brauchen. Also, ich freue mich auf dieses tolle Programm. Am 24. Oktober auf dem FaboCar YouTube-Kanal. Ab 19 Uhr schaltet ein. Ich freue mich auf euch. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Jetzt schon mal hoch. Dann gucken wir... Mit dem Tester... Jetzt weiß ich auch, warum die so eine Schutzkappe drüber brauchen. So, Zündung ist an. So, ich bin jetzt einfach über die OBD-Auslese gegangen. So... Oh, das ist natürlich... Ja... Ein, mehrere Zylinder, viel Zündungen. Also Zündung ist schon mal gut, dass er viel Zündungen sagt. Aber... Alte Systeme, seht ihr... Das ist dann sehr kompliziert, mit so einem modernen Tester da reinzukommen. Da muss man da was weiß ich was alles raussuchen. Da sind nicht genug Daten dann eben von da. Jetzt bin ich über die OBD-Diagnose reingegangen. Und jetzt... Fehler kurz ist natürlich Banane. In den heutigen Fahrzeugen, das steht dann drin. Zylinder 1 oder 3 oder 4 oder was weiß ich als Zündaussetzer. Ja... Oft haben die Probleme mit den Zündspulen bei den Autos. Aber... Okay... Dann ist jetzt erstmal insofern aussagekräftig, dass dort steht, dass wir einen Zündaussetzer haben. Das ist schon mal gut. Das kann jetzt in der Zündspule liegen. Das kann in der Zündkerze liegen. Keine Ahnung. Dann machen wir jetzt mal die Zündspule raus. Kerzen raus. Und schauen uns mal das Kerzenbild an. Ob wir daran was sehen können. Ob es da einen Aussetzer gibt. Ja... Bei den Autos hier... Wie eigentlich auch... Wie immer... Muss man eben immer noch ein bisschen weiter denken. Statt einfach nur irgendwas Neues zu machen. Jetzt kann man natürlich hier alles einfach neu reinschmeißen. Da weiß man aber nicht, ob das Problem beseitigt ist. Und ich denke... Dass wir jetzt über dieses Zündkerzenbild... Also wie die Kerze verbrannt hat, was sagen können. Das ist ja so eine Doppelspulenzündanlage. Das heißt, die zündet immer im Arbeitstakt und im Ausstoßtakt gleichzeitig. Also eins und vier zündet immer gleichzeitig. Und zwei und drei zündet immer gleichzeitig. Und da kann man jetzt schon mal sehen... Ob wir das entdecken können. Ob... Einige Kerzen vielleicht eins und vier gleich aussehen. Und zwei und drei gleich aussehen. Weil dann könnte man schon mal festlegen... Okay, da sitzen immer zwei aus. Oder da sitzen nur eine aus. Da könnte man dann schon mal was dran festlegen. Jetzt erst mal Kerzen raus. Und dann schauen wir mal, ob wir da was entdecken können. Unsere Schirme sind so geil. Aber wie kann man sogar fliegen? Ich hab die jetzt gelöst. Ich löse die Kerzen jetzt. Und dann geh ich jetzt gleich mit dem Magneten, hol die raus. Und dann können wir direkt was dazu sagen. Okay, das war jetzt schon eine ganz schöne Operation. An die Kerzen und Hopp dran zu kommen. Was ist die? Schon. Ach. Okay, ist doch nicht lose. Oh Gott. Ist aber auch nicht so ganz praktisch verbaut. Ja, gut. So. Hier ein Ding. Drei. Ah, ich glaube, den wird sogar anders. Das ist, glaube ich, eins und das ist vier. So. So. Ja. Da kann man voll was sehen. Guck mal. Hier die von eins und vom vierten Zylinder. Eins und vier. Die sind schwarz. So. Und hier. Die zwei hier. Zwei und drei. Die sind richtig schön sauber. Basti, jetzt mal eine Frage an dich. Welche sind die guten Kerzen und welche sind die schlechten Kerzen? Ich vermute, die sauberen sind die guten. Falsch. Guck mal. Weil, wenn du da drauf schaust, siehst du, dass die was glänzen. Siehst du das? Die glänzen so ein bisschen. Und wenn man jetzt noch mit allen Sinnen arbeitet, so mit allen Sinnen, die man so hat, dann würde ich sagen, riech mal da dran mal. So. Oder nicht? Ich gebe dem Basti das jetzt auch mal. Riech mal. Oh. Und nach was riecht das? Sprit. Genau. Das riecht nach Sprit. Und die hier? Die zwei, die ich jetzt nehme. Basti, riech mal. Riech mal. Ein bisschen verbrannt. Riech mal verbrannt. Genau. Also haben die zwei gebrannt und die zwei haben nicht gebrannt. Logisch, oder? So. Und da ist Sprit dran, weil der Sprit nicht verbrannt wird. Der spritzt ein und spritzt in den Brennraum rein und macht die im Prinzip sauber, die Kerzen. Aber pass mal auf. Das ist ja jetzt noch alles Lava, was ich mache. Wir können das ja mal gucken. Pass auf, ob das so stimmt. Ich spritze jetzt hier die Kerzen rein. Und jetzt gucken wir mal. welche funkt und welche nicht funkt. Ich tippe auf die mittleren zwei, weil dort eben an der Stelle der Kraftstoff so drauf gespritzt ist. Und weil die nicht verbrannt haben. Jetzt geben wir denen noch ein Minus. Das habe ich außerdem mal von einem Zuschauer hier geschickt bekommen. Dann noch mal vielen, vielen Dank dafür. Aber guck mal, eins ist schon kaputt gegangen. Wenn der Zuschauer das sieht. Vielleicht hat der ja noch mal eins. Ja, der ist kaputt gegangen. Also als Testding ist das echt super. Jetzt haben wir da ein Minus drauf gegeben. Basti, du guckst jetzt mal, welcher funkt und welcher nicht funkt. Ich starte den Wagen. Ich vermute die zwei Funken nicht. Ich vermute die zwei Funken. Aber du guckst hin, ja? Achtung, ich starte und dann sagst du mir bitte Bescheid. Und? Ja, die Mitte funkt nicht. Was? Die Mitte funkt nicht. Die mittleren funkt nicht. Siehst du? Und das ist einfach so ein Erfahrungswert, dass man das sehen kann, dass die eben, die Kerzen sind super, aber funkt eben nicht. Jetzt könnte man sagen, okay, die Kerzen sind vielleicht kaputt. Dann wechseln wir die Kerzen. Ich würde das jetzt eigentlich gar nicht mehr machen, weil für mich ist es eigentlich klar, aber noch mal so als Gegenprobe. Auch für Basti, damit ich euch noch wirklich laubrechen vermisst, erzähle hier. So. Jetzt müssten die Äußern auch wieder funken, ne? Ach, da haben wir noch genug Saft hier drauf. Ja. Also, ich starte. gut. Ja, ich habe dich nicht nicken sehen, deswegen habe ich immer weiter gestanden. Und? Ja, die Äußern funken jetzt. Gut, okay. Super, dann ist die Diagnose klar. Liegt nicht an den Zündkerzen, liegt ganz klar an der Zündspule. Was man jetzt noch gucken könnte, ist die Ansteuerung von der Zündspule. Aber ganz ehrlich, aus meinem Erfahrungswert schenke ich mir das. Der hat hier einmal Plus Minus dran und zweimal Ansteuerung für die Spule und für die Spule. Ich gehe da mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% davon aus, dass die Zündspule einfach erfahrungswert ist. Und den Prüfschritt sparsche ich mir jetzt. Gut. Jetzt rufen wir die Kundin an, fragen, ob sie das reparieren lassen möchte. Und machen wir kurz den Voranschlag. Okay, was haben wir noch? Den tun wir jetzt raus, den Wagen. Der Robin hat noch einen Wagen. Ziemlich interessant. Ein Auto, was jetzt in tausend Werkstätten war. In tausend. Ein paar Werkstätten war. Ist im Grunde schon zweieinhalbtausend Euro reingeflossen. Und ja, die haben wir jetzt, das kostet Voranschlag gemacht, sagen, dass wir im Motorschaden noch nicht. Und wollten von uns eine Zweitmeinung haben. Den holen wir jetzt mal rein und dann machen wir das mal zusammen mit Robin. So, hier haben wir einen schönen BMW X3. Genau, der aus relativ weit weg aus Röttingen hier hinkommt, weil er eine Riesengeschichte hat. Und diese Geschichte, wirklich eine Riesengeschichte, ist so dick. Also so, das geht uns relativ oft, dass Fahrzeuge hier hinkommen, die schon eine unglaubliche Geschichte haben, die schon viel Geld bezahlt haben. Und dann kommt mal mit in den Kofferraum hinten, was da alles so ein Teil drin liegt. Ich hole sie mal nach vorne, warte. Ja, genau. Geh mal, Kofferraum. Lass sie dran. So, und diese Geschichte, dann kommen die Autos hier hin, weil die Leute nicht nur viel, viel Geld ausgegeben haben. Ich glaube, der hat zweieinhalbtausend Euro bis jetzt ausgegeben. Ja, zwei oder zweieinhalb. Irgendwie sowas in der Richtung. Wegen dem gleichen Fehler wohl bemerkt. Und die natürlich auch total unglücklich sind und gar nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Und da spielt das Geld auch eine Rolle. Aber sie wollen einfach geholfen werden. Sie wollen geholfen werden, die Leute. Sie sind total verzweifelt. Das ist ja auch ein schönes Auto und die Kunden sind sehr zufrieden eigentlich damit. Der fährt super. Hat halt nur das Problem, dass er zeitweise, so ist es angefangen, im Leerlaufunruhen läuft und noch ausgeht. Das heißt, man fährt an die Ampel dran, kuppelt aus, zack, Motor aus. Starten, springt direkt wieder an. Er setzt dann im Fehlerspeichereintrag einen Luftmassensystemfehler. Das ist so das Einzige, was er setzt. Und dann ist das losgegangen mit Luftmassenmesser neu. Dann einen originalen Luftmassenmesser rein. Da haben sie gedacht, okay, war jetzt einer aus dem Zubehör, obwohl das absolute Erstausfluss der Qualität ist. Vielleicht haben wir da irgendwo ein Problem. Dann ist das mehrfach auf Falschluft gesucht. Wir wollen die Ansaugbrücke raus. Die beiden dieser Klappen neu. Das sind so Steuerklappen, die im Saugrohr sitzen, um lange und kurze Saugwege zu schalten, zu realisieren. Eine neue Drosselklappe, Stellventile, Zündkerzen, Spulen, Warenaussteller, was wir hier alles Mögliche drin haben. Druckregelventile, neue Zylinderkopfdichtung ist draufgekommen. Kann ich Zylinderkopfdichtung? Nein, Ventildeckel, so Zylinderkopfhaube, das wollte ich sagen. Neue Ventildeckel, weil da auch ein Druckregelventil drin sitzt, was auch zu so einem Luftmassensystemfehler führen kann. Ein neuer Positionssensor für die Exzenterwelle von der Varnos-Verstellung, von der Valtronik-Verstellung, nicht Varnos, weil das Auto hat beides. Wir haben ja bei dem einmal eine variable Stellung für die Steuerzeiten, für die Varnos. Das heißt, wir haben Stellräder vorne auf den Nockenwellen drauf sitzen, womit die Steuerzeiten früh und spät verstellt werden können, dynamisch über das Fahrzeug. Und die Valtronik, das ist ein Stellantrieb, der den Ventilhub, also wie weit das Einlassventil aufgeht vom Weg her, steuern kann, damit wir eine bessere Luftversorgung im Zylinder haben. Davon ist der Positionssensor erneuert worden, weil da die Vermutung wohl bestand, dass es damit zu tun hat, obwohl wir dazu nichts im Federspeichereintrag drin hatten. So, dann rief der Kunde an. Ja, das sind die Magnetventile. Das sind die Magnetventile von der Nockenwellenvorstellung. Ja, genau. Richtig. Die sind beide neu gekommen und es hat nichts an diesem Fehlerbild gebracht. Den Drucksensor haben sie auch nochmal neu gemacht, hier von der Ansaugbrücke. Und der Fehler ist immer gleich geblieben. Ja, jetzt sind wir mit dem Auto gefahren, konnten das auch tatsächlich nachvollziehen und ersetzte auch diesen Fehlerspeicher. Aber die Tücke dabei ist, dass man an den Parameterwerten so überhaupt nichts sieht, weil die Lernabdrehzahl anfängt zu tänzeln, hoch und runter geht und dann gehen logischerweise auch die ganzen Druckwerte hoch und runter. Die Drosselklappe geht auf und zu, sodass man überhaupt keinen Anhaltspunkt hat. Das ist der Nockenwellensensor. Die haben da auch beide neu gemacht. Auch beide neu. Aber damit zweieinhalb Pim kommt, ist noch eine große Frage. Das ist Wahnsinn, ne? Ja. Dann haben sie nochmal den, das finde ich ja auch so ein Stück, so ein krasses Stück, dass sie dann halt nochmal einen originalen Luftmassenmesser verbaut haben mit einem Stutzen noch dabei. Und ja, der Kunde sagt, er wüsste jetzt einfach nicht mehr, wie es weitergeht. Der Kunde hat sich jetzt mittlerweile alle Daten schon selbst aus dem Netz rausgezogen, hat das gebunden und weil er einfach nicht mehr weiß, was soll er tun. Jetzt kommt er zu uns und ja, Robin hat sich dem Fahrzeug angenommen und jetzt sind jetzt ausgiebig Probe gefahren, geguckt, dass wir es irgendwie so ein bisschen versuchsmäßig eingrenzen können. Also, dass wir irgendwie eine Möglichkeit haben, eine Richtung zu finden, wo wir den Fehler hindrücken können. Ein paar Systeme außer Betrieb nehmen eventuell was versuchen, den Fehler zu provozieren, um den in eine Richtung zu drücken. Und das haben wir auch geschafft. Ich konnte nämlich eins nachvollziehen, wir gehen mal wieder am besten nach vorne. Der hat auch noch gar nicht viel gelaufen, der hat erst 100.000 gelaufen. Und das reicht doch für den BMW eigentlich, oder? Ja. Eigentlich keine Laufleistung, gerade für den Sechszylinder. Wir haben jetzt hier oben im Ventildeckel oder unter Ventildeckel diese sogenannte Exzenterwelle drin für diese Valve Chronik, also Variabler Ventilpug. Da ist der Schnellmotor, den der Holger gerade anpackt. Das ist einfach ein Schneckenmotor, der die Welle, die Exzenterwelle rein und raus fährt. Und der Motor ist auch schon neu gekommen. Den haben wir auch schon neu gemacht. Und es ist tatsächlich so, wir lassen ihn jetzt gerade mal ein bisschen warm laufen, damit er diesen Fehler gleich macht. Und dann fängt er an zu panzen mit der Leerlaufdrehzahl und läuft echt super unschön. Und wenn man hingeht und diese Valve Chronik außer Betrieb nimmt, das heißt den Schnellmotor abzieht und die voll aufträgt, dass der auf Vollanschlag steht, dann kann ich den Fehler nicht mehr nachvollziehen. Und das ist schon mal ein Hinweis, womit wir sagen könnten, okay, da haben wir auf jeden Fall ein Thema, was irgendwas mit dieser Verstellungsschüttung haben muss. Der Motor ist auch wieder defekt. Der hat einen Kurzschluss nach Masse. Das kann man messen, indem wir einfach die Wicklung gegen das Gehäuse prüfen, eine Widerstandsmessung machen. Und da darf nichts im Megaohm, nichts im Kiloohm-Bereich, da darf gar nichts sein. Das ist ein bekanntes Problem bei diesen Motoren. Und das ist auch Erstauslöserqualität, wie der eingebaut worden ist. Und der ist halt wieder kaputt. Und da muss es einen Grund für geben, warum der wieder kaputt gegangen ist. Und du sagtest, wir haben noch so einen Motor da? Wir haben noch einen Motor da. Ich gucke gleich noch mal genau. Und da gab's die Wixies, die kleine Nummer ist. Ich meine, wir hätten noch einen liegen. Dann lassen wir doch mal so machen. Dann warten wir jetzt ein Moment ab, bis die Temperatur hat. Damit wir das auch mal nachvollziehen können. Und der nächste Step wird da sein, dass wir den Motor rausbauen, den machen den anderen Motor rein. Step by Step ist das der erste Name. Genau. Hat er schon ein paar mal einen Fehler gemacht. Kann man hier auch sehen, dass der Wert im Prinzip von der Valvetronic wieder die nachstellt. Hier ist aber nichts mehr, ne? Ja, dauert manchmal so ein bisschen. Vielleicht noch mal einen kleinen Gasstoß geben. Weißens so in zwei Minuten. Also das ist schon ... Jetzt, jetzt, jetzt. Und jetzt stellt die hin und her, ne? Jetzt stellt die hin und her. Versucht das irgendwie dann ... Jetzt kann man natürlich schwierig sehen, ob er das nicht versucht auszuregeln oder ob das der Grund ist, warum er das macht. Das ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, weil man das zeitlich nicht richtig abstimmen kann. Was man auf jeden Fall schon sieht ist, dass wir, das ist nicht viel, das habe ich schon schlimmer gehabt, hier diese Differenz zwischen den Digitalwerten, wenn ihr mal da unten hinschaut. Das ist ja einmal der Wert, der vorgegeben ist und einmal der Wert, den er anfährt über den Sensor. Dass es auch ziemlich unruhig ist und dass wir da einen leichten Versatz auch zwischen haben. Das gibt schon so einen Fadenbeigeschmack, wenn wir auch wissen, dass der zweite Motor jetzt schon wieder kaputt ist, ist die Vermutung nah, dass die Welle hier oben schwergängig ist. Und dass das halt nicht richtig arbeitet von der Verstellung. Ja, vor allen Dingen, weil denn der neue Motor ja jetzt auch schon wieder in der Matte hat. Dann hopfen drauf. Was? Hopfen? Dann hopfen drauf. So, jetzt wieder schön fachende Zuschauer da hinten. Oder wahr? So, jetzt fach ich wieder an. Jetzt geht das halt los und das wird halt immer schlimmer. Und wenn dann das genau passiert, wenn man an die Ampel herzack ist, ist der direkt aus. Und der Kunde sagte auch, die werden einmal zur Ostsee in Urlaub gefahren, standen im Stau und andauern, zack, aus, wieder neu starten, aus. Ist natürlich keine Frage, überhaupt nicht. Okay. Gut. Dann ist jetzt unser Ansatz. Wir machen den. Können Sie jetzt auch mal hingehen, den Motor wieder abziehen. Dann soll, wenn man jetzt einen Neustart macht, die eigentlich in der Grundeinstellung stehen, die Wachkohle, das heißt voller Ventilbruch. Und dann macht der den Fehler nicht mehr. Ich bin jetzt aus, bin ich Probe gefahren mit dem Auto und es nicht mehr nachgezogen. Das ist mir auch. Okay, dann würde ich sagen, jetzt müssen wir einmal Neustart machen, dass der in den Endanschlag geht oder er ist hängen geblieben. Warte mal. Ja, guck, der hat jetzt kurz noch was gemacht, aber er hat nicht nachgeregelt, ne? Guck mal, nimmt gar kein Gas an. Nimmt überhaupt kein Gas an jetzt. Wir haben einmal gerade einen Neustart. Kann sein, dass die jetzt schon hängen geblieben ist, die Valve-Tronik. Schmeckt da gar nicht an. Nimmt überhaupt kein Gas an. Pass auf, ich pass hier nochmal drauf zu den Stecker. Du kannst es auch händisch aufdrehen, ne? Boah, der zieht überhaupt nicht. Warte mal, stecken wir nicht drauf. Ich hab jetzt wieder drauf gesteckt, mach nochmal die Zündung aus. Okay, so, jetzt start nochmal. Hast du drauf jetzt? Ja. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, mach mal aus. Ich zieh den Stecker ab. So, und jetzt starte nochmal mit dem. Lass mal bitte. Ich hab jetzt Vollgas gerade, ne? Der zieht überhaupt nicht durch. Das heißt, der steht jetzt irgendwo fest? Der ist hängen geblieben, ja. Vermutlich fast. Wir können jetzt hingehen und mit einem Vierer-Imbus hier hinten den Motor drehen, die Welle. Und wenn wir den jetzt aufdrehen, müsste er eigentlich wieder durchziehen. Jetzt können wir mal gucken, ob der im Endanschlag steht, was er eigentlich müsste. Ja, also, dass die Welle jetzt irgendwie festhängt, deswegen nimmt der überhaupt kein Gas hin. Und jetzt drehen wir den im Prinzip mechanisch mit einem Imbus in die Richtung. Und dann gucken wir, ob er dann Gas annimmt. Dann wäre das ein klare Zeichen dafür, dass er hängen geblieben ist. Ich weiß es nicht genau. Welche Richtung. Welche Richtung, das sehen wir jetzt. Kann auch sein, dass man jetzt lächert. Also in die Richtung geht auf jeden Fall gut zu drehen. Und in die Richtung auch. Die Drittsache verändert sich. Guck mal, hier geht der Wert hoch, ne? Ja. Ja. Ja, der steht auf jeden Fall in der Mittelposition. Da ist keine Endposition. So muss ich eigentlich aufdrehen. Ja, guck mal, da kannst du auch sehen, wie der Wert sich verändert, ne? Und jetzt drehst du komplett, dass der Hub ganz auf ist. Und dann müsst ihr auch eigentlich wieder Gas annehmen. Ja, müsst ihr auch Gas annehmen, ne? Und dann ist schon mal nicht geil. Das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass entweder wirklich nur der Motor kaputt ist und nicht mal richtig verstellt oder dass wirklich schwergängig ist, die Bälle innen drin. Da ist wirklich die Mittelstellung hängen geblieben. So, jetzt merke ich hier einen leichten Anschlag. Wenn er jetzt Gas gibt, müsste er normalerweise wieder richtig Gas annehmen. Weil logisch, wenn das Methil nicht richtig aufmacht, kommt keine Luft rein und dann zieht er ab. Jo, jo. Volle Funne. Jo. Logischerweise, wenn wir den jetzt andersrum drehen, müsste er eigentlich ausgehen. Ich hab's selber noch nie gemacht bei laufendem Motor. Jetzt geht der Wert wieder runter hier, den er über diesen Sensor hier erfasst. Das ist der Sensor dafür. Der erfasst über so Magnetrad die Stellung. Okay, und wenn man jetzt in vollem Hub stehen lassen würde? Dann läuft er. Dann läuft er aber. Dann haben wir keine Schadstoffminimierung mehr und 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 oder was? Nö, das nicht. Er geht darüber die Drosselklappe. Ach guck mal, jetzt fängt er sogar an zu rotzen. Ich muss da gar nicht gleich ausgehen. Guck mal, was passiert. Ja, aber wenn der Hub zu gering ist, dann nicht mehr aufzieht. Dann gibt's ja keine Luft mehr. Dann geht er aus. Ja. Interessant. Ja, du kannst das eigentlich so machen, nur ist dann halt die Motorkontrollleuchte an. Weil er registriert das, es überwacht das System. Schadstoffminimierend ist das ja in dem Fall jetzt eigentlich nicht. Und von der Leistung her bist du. Von der Leistung her, klar. Du hast doch ja einen höheren Kraftstoffverbrauch. Genau, das System ist ja damals entwickelt worden, um die Drosselklappe zu entlasten, dass die halt im Teillast und auch von das Bereich offen steht, dass wir keine Drosselverluste mehr haben. Dafür ist das System ja eigentlich entwickelt worden. War eine schöne Idee. War eine schöne Idee, ja. Okay, gut. Dann lassen wir den Motor raus, machen den anderen Motor rein und gucken, ob wir damit klar sind. Ja. Sehen wir dann, was ist. Kriegen wir auch nach außen raus, haben wir auch Glück? War schon ziemlich kaputt, die. Guck mal da. Ziemliche Spuren schon dran. Na gut, die haben die auch schon mal gemacht. Machen wir das mit Zimtspuren erstmal raus. Okay. Und dann zieh die mal raus. Ich glaube, das ist das 8 da bestimmt. Bisschen Platz. Oh, ich kann aber jetzt auch warm das Ding, ne? Ja. Geht oder willst du einen Dreher haben? Boah, was sind die so nass da? Guck mal, was ist das denn? Ist da Öl dran? Ja. Oh, oh. Haben die noch einen Ventildeckel drauf gemacht? Ja, die haben noch Ventildeckel drauf gemacht. Hahaha. Och, guck mal, steht komplett voll. Da kommt es auch, glaube ich, so dran. Wisst du das? Die ganze Zündkerze steht voller Öl. Das ist jetzt für die Zündung erstmal nicht so gravierend, weil das Öl ja isolierend ist. Aber schön ist natürlich nicht. Ja, aber ich glaube, die haben mit der Ventildeckel dichter drauf gemacht. Entweder haben sie das... Ist das unbedingt richtig, ne? Haben sie Scheiße drauf gemacht. Und ob ich gerade auch so schon gesehen? Ah, da sieht man es noch schöner, ja. Ah, das fließt da runter. Sorry. Ja, guck mal da. Das ist die Dichtung. Ja, da sitzt die Dichtung nicht richtig, ja. Ja, ist schön, oder? Ja, gut. Muss ich noch mal runter den Ventildeckel, ne? Wenn unsere Vermutung richtig ist. Ja, aber das darf ja auch nicht schön. Ach, guck dir das an. Das ist halt ein anderer Zünder. Das ist halt ein anderer Zünder. Das gibt schon wieder so einen schönen Beigeschmack jetzt, ne? Ja. 2.500 Euro ausgegeben und dann kriegst du eine Arbeit abgeliefert. Ja, nicht schön. Guck mal an, da steht das Öl bis unten drin. Mach mal die Linse, so. Die Linse ein bisschen angeschlankt. Rutsch dich. Ja. Steht voll. Scheiße. Ja, schauen wir mal, was noch so zum Vorschein kommt, ne? Ja, ist ja bitter, ne? Ich meine, der Kunde hat ja noch einen neuen Ventildeckel drauf gekriegt. Wegen Undichtigkeit sehr wahrscheinlich. Die ist trocken hier. Ja, und dann ist das undicht. Na ja. Ein bisschen freischrauben hier. Richtig. Jawohl. Da ist hier unten eine Schraube. Da zwei Schrauben. Aufpassen bei den Motoren, wenn man die wechselt. Die haben jetzt auch das Glück, dass der sowieso von außen geht. Bei manchen muss der Ventildeckel runter. Man weiß nie so genau, in was für einer Stellung die jetzt stehen geblieben ist. Normalerweise soll die halt in einer gewissen Stellung stehen bleiben. Oder bleibt in einer gewissen Stellung stehen. Kommt immer so ein bisschen drauf an. Aber wir haben sich ja jetzt sowieso verändert. Genau. Wenn man den jetzt rauszieht und da ist Druck hinter und wir machen den los, dann kann das sein, dass das Schneckengetriebe, was da drin ist, über die Welle drüber springt. Das darf nicht passieren, weil da ein bisschen Power hinter ist. Und dann kann das beschädigt werden. Das heißt, immer zurückdrehen, wenn die Möglichkeit besteht. Und die Verschraubung halt langsam. Oh. Die war aber nicht so wirklich fest hier hinten. Was? Die Schraube nicht fest. War nicht so richtig fest, die Schraube. Ich bin gerade ganz lose. Schraube los. Ah! Boah! Ist es warm? Nein. Schön, wie der Schmerzen nachlässt, oder? Immer weit weg von der Arbeit. Andere fangen wir mal drauf. Wo hast du den Motor? Komm, nehmen wir den erstmal raus. Ja. Oh. Sieht aber nicht so geil aus. Oh. Da ist das Gewinde hin. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Lass das Gewinde hin. Ja? Mhm. Ich guck mal hin. Ich gucke mal hin. Ich gucke mal hin. Versetzt, lass mal her. Oh ja. Kaputt. Ein bisschen weiter rüber. So. Oh boy. Hat schon richtig sperrnig geschmissen da hinten. Ich weiß das. Hat der jetzt nichts mit Schimpfen zu tun, oder? Wie mit Schimpfen? Ja, über andere. Macht euch selbst eure Gedanken. Ja. Ja. Der war gut. Ja. Kann ich mich wieder schwer zurück an. Mal schauen, dass wir den so ein bisschen losdrehen. Wie kann man das denn machen? Entschuldigung. Aber... Spannung ist weg. Dann machen wir die Schraube gar nicht... Dann haben die die ja überzogen. Dann haben die sie ja wahrscheinlich nicht mit Drehungen angezogen. Dann überzogen. Ist ja alles so ein... Alu... Guss... Ja, ja, genau. Hier bist du mit Stahl, bist du mit dran. Ja. Wo ist die Schraube? Man kann auch mal hier oben... Warte mal, ich mal aufmachen. Da sieht man die Betätigung schön. Mal gucken, ob du da reinkommst. Ja, damit du mir das guckst, genau. Hier sieht man jetzt auch, wo die Schneckengetriebe sitzt. Da sind die Federn oben. Das Feder belastet das ganze System. Ja, und da unten ist der Antrieb, ja. Da ist der Schlepphebel, der Kipphebel und der Zwischenhebel. Das müssen wir jetzt ausnehmen. Ach! Boah, ich muss mal gerade mal anschauen. Was ist das Ding? Ah, da ist jetzt so ein bisschen viel Nebel da drin. Höhle Nebel. Kann man nicht sehen. Mal gucken, ob wir da den Antrieb sehen. Sehen wir auch, glaube ich, gleich nochmal schön, wenn der raus ist, dass man nochmal sehen kann, wie die verstellt. Aber wir haben das auch schon mal gezeigt. Meine ich. Warte mal, dreimal Licht drauf. Das ist der Halbmond dafür. Boah, da sind aber gute Spuren drauf. Wo? Holla! Guck mal hier. Boah! Voll die Kitschen hoch. Meinst du, wie der Halbmond aussieht? Ich ahne Böses. Hier Kitschen drin. Das ist schon eine Zeichnung dafür, dass die Welle sich eingearbeitet hat. Und man sieht auch hier richtige Schleifschuhen. Dass das da ziemlich hell ist. Oh oh. Guck mal, da sitzt ja auch die Kitschen da. Ja? Da siehst du drauf. Siehst du da die Kitschen? Zeig mal. Oh ja. Da habe ich eingearbeitet. Können wir da vielleicht... Hast du da so mit der Kamera dran? Oder... Können wir ein Foto vielleicht von machen, dass man das besser sieht? Das ist doch so eine coole Suchfunktion. Einfach mal so. 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 Leuchte mal rein. Lumos. Oh, wie bei Harry Potter hier. Lumos. Ne, da geht die aber aus. Lass mich mal. Ich glaube, ich kann das mitmalen. Oh ja. Das ist ja noch viel besser. Boah. Alter. Alter. Guck mal hier. Das ist jetzt hier. Das ist also so. So sollte es normalerweise hier oben aussehen. Und hier fängt das jetzt an. Das geht trapezförmig höher. Das ist hier drin und verstellt dann über das Drehen. Da. So. Da. Und hier wird es immer schlimmer. Hier fehlt da oben schon die Flanke. Und das ist natürlich, weil die Welle schwer geht. Weil das Ding stark arbeiten muss. Und deswegen hat der Kurzschluss hier dran. Und das bedeutet. Weißt du was? Da brauchen wir gar keinen neuen Motor einbauen. Weil wir haben das schon mal gehabt. Da haben wir einen neuen Motor reingemacht. Und dann hat der beim Verstellen richtig laute Quietschgeräusche gemacht. Weil das hat sich jetzt aufeinander eingearbeitet. Das ist wie so eine Passform. Und wenn wir da jetzt einen anderen Motor reinmachen, der nicht passschlüssig ist. Und dann auf einmal so krumm steht. Und dann dagegen arbeitet. Dann rutscht das nicht mehr. Und dann macht das nachher so richtig so. Im Verstellen so richtig laute Geräusche. Bis am Ende des Tages ist das Zylinderkopf runter. Zylinderkopf bearbeiten. Zylinderkopf vielleicht nicht. Könntest du Glück haben. Weil das ist mit Nadelrollenlagern gelagert. Reicht eventuell auch Ventildeckel runter. Aber. Das haben wir glaube ich gerade noch gar nicht gesagt. Hast du die Arbeitskarte noch mal irgendwo? Weil er hat nämlich. Ja. Er hat nämlich auch zeitweise. Das tritt ganz 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 selten auf. Sagt der der Kunde. Ich konnte es auch selber nicht nachvollziehen. Aber da gibt es noch etwas bekanntes zu den Motoren. Und zwar hat er noch mal einen Fehler zur Einlassnockenwellen. Äh zur Einlasswarnhaussteuerung drin. Also das hier. Einlassnockenwellenverstellung. Nicht Valftronik. Und da gibt es manchmal genau zu diesem Fehler. Auch Regelpositionen nicht erreicht. Nicht angefahren. Ein Thema mit dem Öldruck. Und zwar zu den Rechteckringen. Die oben in der Ventilleiste drin liegen. Das sind geile Motoren. Ein Ölsystem. Wir hatten ja gerade die Regelventile hinten. Und diese Regelventile sitzen unten im Zylinderkopf drin. Dann kommt die Ölbohrung hoch. Gibt den Öldruck in die Nockenwelle rein. Und durch die Nockenwelle geht das durch in den Versteller rein. Und an dieser Trennstelle. Da sitzt so ein Rechteckring drin. Ich meine der ist auch mal geändert worden. Von Metall auf Teflon. Der arbeitet sich in die Leiste ein. Und dann kann es passieren, dass der Öldruck da manchmal durchzieht. Und dann hat er natürlich in dem Versteller selber keinen richtigen Druck mehr. Und verstellt den nicht richtig. Das würde ich auf jeden Fall mal mitkontrollieren. Fällt mir gerade ein, wo ich das da sehe, dass das so eingearbeitet ist. Ja gut, aber was machen wir jetzt schon? Das können wir ja gar nicht leisten. Zum Motorräumstand zu sagen. Zum Motorräumstand zu sagen. Ganz klar. Du brauchst jede Menge Spezialwerkzeug, um diese Federn oben rauszunehmen. Da kommt so eine große Brücke drüber, dass die ausgehangen werden. Das haben wir auch gar nicht für die Dinger. Also zweieinhalbtausend Euro ausgegeben für nichts, das wir jetzt in der Diagnose stellen wollen. Ja, sieht so aus, ne? Okay, gut. Das ist so. Der Kopf muss auf jeden Fall zum Motorräumstand. Das können wir nicht leisten. Der Kunde wird sich freuen. Bestimmt nicht. Macht das auch keine Freude. Aber so ist es eben. Ja, aber das ist halt genau das. Und dann auch in diesem Verstellbereich hier. Wenn der dann die Position nicht erreicht, das ein bisschen versucht nachzuregeln. Wenn wir uns vorstellen, der verstellt ja praktisch diesen Kipphebel hier. Also diesen Ansatzpunkt. Darüber regelt der dann wenig Hub, viel Hub. Und das über die Umlenkung mit dem Exzenter. Wenn da ein bisschen Spiel drin ist oder das hängen bleibt, macht er halt genau das. Weil das regelt halt die Luft, die in den Motor reingeht. Und wir konnten es ja auch sehen. Gut. Scheiße. Nicht schönes Ende. Aber so ist das Ende eben. Irgendwann ist mal Schluss. Euch eine gute Zeit. Lasst euch gut gehen. Macht's gut zusammen. Tschüss. Ich glaube, die fangen an zu weinen. Kann passieren. Tschüss. Tschüss.